Dann wollte ich euch noch ein Lippenhack zeigen. Ich habe jetzt hier wieder diesen Open Nude. Ich liebe diesen Farbton. Und was habe ich hier noch geholt? A Very Raspberry Hydrating Lipstick. Ich sage mal, wenn man den intensiv aufträgt, jetzt sieht die Farbe auch eher pink aus, aber das geht mehr eigentlich ins Berige. Wenn man den Farbton wirklich nur so leicht auftragen möchte, also nicht intensiv, damit das einen natürlichen Look hat, mache ich das immer so. Aha, na, so ein paar Tuch von den Bewegungen. Hier auch. Und dann mit dem Finger verblenden. Okay, also der Rand ist jetzt vielleicht Geschmackssache, vielleicht hätte ich auch einen anderen Farbton wählen sollen, aber so sieht das auf jeden Fall leichter, dezenter aus. Jetzt mal im Vergleich. Jetzt trage ich ganz normal so auf und jetzt guck mal, wie das dann gleich aussehen wird. Seht ihr den Unterschied? Ich wollte noch was anderes ausprobieren. Und zwar einmal hier den beige Nude Lip Liner. Jetzt habe ich den Lip Liner aufgetragen und trage noch den Hydrating Lipstick in dem Farbton Poetic Pink. Also das ist ein Pink, aber nicht so ein kräftiges Pink, sondern ein poetisches Pink. Genau, jetzt mache ich das mal erstmal ganz sanft. Und dann mit dem Finger wieder verblenden. Und so sieht das aus. Also ganz dezent und wie immer schön. Und jetzt trage ich den nochmal klassisch auf. Schon kräftiger. Seht ihr den Unterschied? Also diese Hydrating Lipsticks, die sind wirklich so feuchtigkeitsspendend und dann den anstatt eines Lippenpflegestes zum Beispiel verwenden. Ich habe zum Beispiel für unterwegs eher immer Nude Töne oder solche Farbtöne, also ich sag mal Pastelltöne. Die finde ich sehr schön, weil irgendwie ist das bei mir so, ich habe Lust auf so einen richtig kräftigen Farbton und dann nach so ein paar Stunden wandelt sich das auf einmal. Dann habe ich wieder Lust auf eher etwas Sanfteres.